Ich habe mehr als 35 Jahre Grundrentenzeiten. Bekomme ich dann auch die Grundrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Das Thema Grundrente ist ja seit dem 1. Januar 2021 de facto durch. Das heißt also, der Gesetzgeber hat zum 1. Januar 2021 die Grundrente oder das Grundrentengesetz in Kraft treten lassen. Und jetzt aktuell kommen immer mehr Fragen rein zum Thema Grundrente. Und eine der Fragen war, ich habe mehr als 35 Jahre Wartezeiten in meinem Rentenbescheid drin stehen. Kann ich dann auch die Grundrente bekommen, den Grundrentenzuschlag, wenn ich mehr als 35 Jahre Grundrentenzeiten nachgewiesen habe? Ja, na klar, können Sie auch, wenn Sie mehr als 35 Jahre Grundrentenzeiten nachgewiesen haben, den Grundrentenzuschlag bekommen. Der Gesetzgeber stellt ja nur darauf ab, ob Sie in der Spanne von 33 Jahren bis 35 Jahren Maximum nicht mehr als 0,8 Entgeltpunkte pro Jahr Grundrentenzeiten verdient haben. Wenn sich das also sozusagen, wenn sich diese 0,8 Grenze bei Ihnen auch im Bereich von mehr als 35 Jahren Grundrentenzeiten oder Rentenzeiten, die anrechenbar sind auf die Grundrente, ergeben, dann haben Sie selbstverständlich Anspruch auf den Grundrentenzuschlag nach den entsprechenden Regelungen im SGB VI. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. wilde 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 Vielen Dank.